Und damit euer herzlich willkommen zurück an dich zu überleben in der 1.1 Äh, ok, viel zu schnell geklickt Aber es ist wieder Tag, jetzt können wir uns ein bisschen Holz holen Komm, brenne Brenne So holt man sich übrigens mal den Pilz, man wartet bis die Gegner brennen, um sie dann abzuschlachten Ah, hier ist noch ein Zombie, na, moin, du musst dir vielleicht das Schwert in die Hand nehmen Und noch ein paar... Ey, wieso brennst du nicht? Du stehst mitten in der Sonne Mann Stehst mitten in der Sonne und brennt nicht Und ich glaube die Musik ist ein bisschen laut Oh, ich glaube es ist besser Und weil es immer noch nicht geschnallt hat, seit ungefähr einem halben Jahr Na, beziehungsweise nicht ganz mittlerweile, ungefähr vier Monate Äh, schneide ich die Videos nicht mehr Dann nehme ich sie direkt auf, so mit Hintergrundmusik wie sie sind Und lasse dann Roh hoch So, wie viel Holz haben wir denn? 20 Nehmen wir ein bisschen mehr mit, dann haben wir dann wieder Holzknappheit Ja, spring! Jawoll! Du, du mich gerade erschreckt, blöde Schwein! Erschreck mich nie, sonst geht's hier so wie ihm! So, aber ich glaube für das erste Reicht zu machen Und ich sollte mal was fressen Niam, 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 niam! Lecker Äpfel! Schnell wie der die Äpfel frisst, das würde ich auch gern können Gucken wir mal! Da oben kommt die Tour hin, dann kommt hier Trichter Truhe, Trichter, hier dann der Ofen, von der Seite dann das Ach du Kacke Muss das hier ja auch noch weg Das ist alles Akazie, so, da bin ich über ins Deck Kommt auf, ups, reicht So Dann würde ich sagen, gehe ich mal Truben bauen Und ich brauche Eisen Habe ich ja im Glück genug da Äh, wir gehen, Schichter, ich glaube so Und hier die Tour Jo, wo ist die Tour? Äh, Eisen gehört hier wieder hin Wo habe ich die Ofen, die Öfen? Habe ich schnell im Inn? Ne Habe ich über einen Richtung reingeschmissen? Habe ich, da sind die Öfen Äh, da war die irgendwo Sonst stehe die noch oben Wo sind meine Öfen? Hier irgendwo reingeschmissen? Ach, hier wären noch Truhen gewesen. Idiot. Oh, Material. Bei Nahrung haben wir sicher nicht rein. Ich bin da nicht bescheuert. Wo sind meine Öfen? Hier. Blöde, takes two, ey. Gut. Also. Tour für das Gedönse. Dichter, hier kommt dann Dichter. Hier kommt Ofen. So. Und so. Nee, gar nicht so. So. Denn dann fliegt das ganze Zeug jetzt hier unten. Wir haben die alte Kilder drauf. Genau. Flag. Hoppa. Und. Gibt es? Funktioniert ja blendend. Geht es jetzt? Ja. Also ich muss den Ohren leider entsichert lassen. Entschuldigung. Entschuldigung. Achso, aber ich kann mir dann die Truhen direkt mal holen. Und den oben können wir jetzt bei Einrichtung reinschmeißen. Gefällt dir das Video? Abonnieren für mehr. Dankeschön. Gut. Richter. Brauche ich hier erstmal noch eine Truhe. Die hatte ich hier bei Einrichtung mit drin. Truhe. Genau. Und weil mich nicht alles täuscht, muss ich dann hier auch die komischen Protection raus machen. Ganz normal so. Oh, das geht bis... Ups. Oh, das geht bis unten durch. Ah, so geht es. Okay. Aber... Das ist alles ein bisschen hässlich. Das machen wir ganz anders. Das machen wir alles. Das machen wir alles nochmal ab. Und dann kommt das alles eine Reihe weiter nach hinten. Und dann kommt das alles in die Wand. So, jetzt muss ich mal ganz kurz... Äh, ich rede vielleicht nicht so viel mit euch, weil ich muss mal ganz kurz ein bisschen überlegen. Ich mache jetzt mal die Wand ein. Ich hoffe, dass wir jetzt hier nicht irgendwie auf irgendwas anderes gebaut zu stoßen. Sonst, äh... habe ich ein Problem. Und dann leuchtet das mal aus, bevor ich mir im System hier was bauen will. Da habe ich nicht groß Bock drauf. Und dann kann ich hier mit den Akkartenholzbrettern direkt schon mal wieder zubauen. Und ich würde sagen... Hier kommt die Kohletour hin. Und hier muss ich auch mal kurz mit irgendwas... Ja, Bruchstein geht. Also mal so. Und hier irgendwas. Ja, okay, sieben Minuten. Ich weiß, wir werden wahrscheinlich überziehen. Hier das Zeug was gebrannt werden soll. Und ich würde... Ja, okay, das... Äh, geht das, geht das? Ja, ich glaube das geht. So, hier dann der Oven. Allerdings nicht in der Ausrichtung. Autsch. Das hat... Hat doch nicht wehgetan. So. Und jetzt die Dichterverkabelung. So. Ähm... Okay, doch andersrum. So. Und hier oben drauf. Und dann muss ich hier wieder... De-remove. Um die Sicherung zu entfallen. Und wenn ich hier etwas reinlege... Schick mal das Ei rein. Und dann liegt das Ei... In irgendeinem Lichter, wo es nicht mehr weiterkommt. Wo ist mein Ei? Rutsch. Etwas sind es bei ungefähr... Bei bald zehn Minuten habe ich überzieht. Einfach mal so ganz dreist. Hier drin? Nee. Hier? Nee. Hier? Nee. Hier? Machen wir hinten mal meine Wartungsebene ein bisschen tiefer. Hier links drin. Ich kann hier... Ich kann hier eigentlich schon alles reinlegen. Was ist hier noch? Dieser Ofen ist nicht registriert. Hm. Alles klar. Es erscheint, es wird einfach nie alles eingezogen. Sondern probieren wir nochmal. Ich mach hier die zwei Einflussbretter rein. Geht das rein? Jawoll. Also das funktioniert schon mal. Allerdings... Hm. Ich brauch nochmal ein paar Lichter. Also vier kann ich mach ihn mal noch machen. Denn eine Truhe brauche ich dann noch. Mal, mal. Halt, vier, eins, zwei... Okay, insgesamt sechs Lichter. Das sollte reichen. Und auch dann für unten. Auch wieder andersrum als die Truhe nochmal weg. So ist der Black, hopper on. Hier. und wenn ich hier jetzt das Voltars reinlege, wird es eigentlich bis unten durchgehen. Genau und wenn es dann fertig ist, die Tour dann hier, ja so nicht, machen wir noch mal diesen Wartungsplatz. So und hier brauche ich noch mal den LWC Hopper on und dann würde ich sagen, ich hol mir hier mal ein Spulestück und dann probieren wir das Ganze mal, für den Trockenlauf. Ja, hier kommt die Kohle rein und hier dann meist mal ein Goldars rein und dann gehe ich von unten mal gucken, ob das funktioniert. Jawoll, hier wird rausgezogen und kommt hier rein. Super, können wir hier an die Verkleidung zumachen. Ja, hier habe ich Akazien, da ist es egal. Aber das ist nicht egal. Okay, ich lasse den Block mal so lange offen, das mache ich irgendwann mal anderweitig zu. Und hier brauche ich jetzt noch zwei Schilder. Habe ich die? Da habe ich bestimmt irgendwo. Äh, die sind wahrscheinlich hier bei der Einrichtung. Okay, dann machen wir nochmal Weiche. Okay, wenn ich hier den Track so im Hintergrund höre, dann bin ich glaube ich ganz froh, dass die Folge gleich vorbei ist. Das sieht aus wie eine Priebertextur. Brennmaterial und hier die Erze. Danke. 14 Minuten hast du den Glückwunsch. So, das mache ich hier das nächste Mal. Äh, Outro ist hier aufgelegt. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss. , , , , , , Vielen Dank.